Ist das jetzt eine Lesbe oder was? Und wie? Warte mal, warte mal. Also gut. Wer ist es? Kenn ich sie? Wer ist nicht Schlampe? Sie heißt Charlotte. Und? Sagt ihr das was? Scheiße. Nee, Moment. Charlotte. Super. Toll. Das ist wirklich gut. Bravo, bravo. Ich bin so ein bisschen wie mir. Du hast mich ins offene Messer laufen lassen. Echt? Hat ihr vorhin Telefon... War sie das gerade eben? Wie lange weißt du schon von uns? Von wem? Von Charlotte und mir. Ach, so heißt deine Tussi. Charlotte. 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 Charlotte Dübal. Ich weiß nicht. Grüne Augen. Ja. Spielt Kabarett. Du wohnt im Kreuzberg, in der Bergmannstraße. Und hat dein Tattoo genau hier. Ich spiel kein Spiel. Das ist meine Charlotte. Du riechst nach ihr. Das hätte ich gleich kapieren müssen. Schönen Tag. Das hätte ich einen Moment zurück. Aber ich bin so ein bisschen... Ich bin so süß. Ich bin so süß. Okay. Ich heiße Judith Jakob, wohne in Köln, habe meine Ausbildung in Essen an der Volkwanghochschule gemacht.